ELV, kompetent in Elektronik. Automatisieren Sie Ihre Markise. Für dieses Projekt brauchen Sie folgende ELV-Produkte. Akku-Markisenantrieb Plus, ein Kanal-Funkhandsender, gegebenenfalls noch 50 cm Kurbel, wenn die Markise nicht direkt an der Wand montiert ist. Kurbeln Sie die Markise ganz ein und hängen Sie die Markisenkurbel aus. Laden Sie den Akku des Markisenmotors vor der Montage vollständig auf. Die Aufladezeit beträgt ca. 6 Stunden. Nehmen Sie die Schutzkappe des Motors ab und setzen die Antriebskurbel ein. Danach stecken Sie die Schutzkappe wieder auf. Stecken Sie die Wandhalterung zusammen und schieben Sie sie auf die Halterung am Motorengehäuse. Verschrauben Sie die Halterung mit der Kunststoffschraube. Hängen Sie den Markisenmotor in die Antriebsöse Ihrer Markise. Richten Sie den Markisenmotor mit Hilfe einer Wasserwaage senkrecht aus und zeichnen Sie die Bohrlöcher an. Nach dem Bohren der Löcher setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Und befestigen Sie den Markisenmotor an der Wand. Tipp, zum Nachladen des Akkus oder zum Einladen im Winter müssen Sie nur die Kunststoffschraube aufdrehen, um den Antrieb zu demontieren. Fahren Sie durch Drücken der rechten Taste die Markise bis zur gewünschten Endlage aus. Hinweis, je nach Art und Weise der Montage kann es sein, dass Sie die linke Taste zum Ausfahren betätigen müssen. Halten Sie nun beide Tasten für eine Sekunde gleichzeitig gedrückt. Halten Sie nun die rechte Taste für eine Sekunde gedrückt. Die ausgefahrene Endlage ist nun programmiert. Um die Endlageneinstellung eingefahren zu programmieren, wiederholen Sie die Schritte mit der linken Taste bzw. der rechten Taste, je nach Art und Weise der Montage. Legen Sie die mitgelieferten Batterien polrichtig ein. Drücken Sie die Programmiertaste einmal. Die LED leuchtet nun. Drücken Sie beide Tasten am Markisenantrieb für eine Sekunde. Drücken Sie dann die Auf- und Abtaste an der Fernbedienung für eine Sekunde. Halten Sie dann die Stopptaste für eine Sekunde gedrückt. Drücken Sie die Programmiertaste einmal. Die LED erlicht. Nun können Sie den Markisenantrieb mit der Fernbedienung ansteuern. Insgesamt können Sie bis zu 5 Fernbedienungen anlernen.